Skeeter hat wirklich diese Bar aus seinem geschnitten. Nächste, was du wissen, werden sie Soap in der Bühne sein. Lässt einfach das Geld liegen, unfassbar. So, noch mal schon. Hmm. Any means necessary, douchebag. Kill if you have to. Oh. Oh, hi. You must be Mike. So, you want to talk about Bebe, huh? Well, look, Bebe's my friend. I think she's really great. I don't know if she's the end-all be-all of girls. I mean, she's a little two-faced if you ask me. But, hey, I read a lot of your Facebook profile and I think you're a really interesting boy. Aha! We knew it! You two-faced manipulative whore! What the heck? Thank God we sent the new kid to spy on you, huh, girls? Yeah, now we know you're a two-faced bitch. What do you mean? You guys are my best friends. And why are you hitting on my Facebook boyfriend? We brought someone else who might be interested. Monica, what the fuck are you doing? Oops. Uh-oh. Hey, Jake. Have fun, you two-faced skank. Guys, wait. Please, come back. What's the big idea trying to fuck my girlfriend? Nothing to say, huh? Well, maybe you'll understand this. Dude, seriously, I think we've fought enough guys already. Dude, what are you doing? Dude, what are you doing? Perfekt. So, Cartman, Cartman. Cartman, du fallst dir mal ein. Starling won't save you. Du fällst dir mal ein Stärketrank rein. So, und dann... So, und dann... Machst du mal die brennende Wolke. Wie war das noch? Wiederholen, weh drücken. Was hat der denn überhaupt? Zwei Philipp-Action-Figuren. Cool. Die braucht man unbedingt. So, wie sieht's mit den Quests aus? Kehre zu Annie ins Rathaus zurück und erzähle ihr, was mit Monika passiert ist. Das werden wir tun, auf jeden Fall. Aber, vorher... Verlassen wir kurz den Spielplatz in die Richtung. Weil ich mir noch gerne beim Mr. Sklave guten Tag sagen möchte. Hallo, Mr. Sklave. Hey, neue Kind. Ich habe ein bisschen Zeit für dich, wenn du mich jemanden auf meine Arsch legen möchtest. Die Rohlederpeitsche haben wir wieder. So, und jetzt können wir wieder zurück. Zu den Mädeln. Annie? Easy Annie? Oh, da lang. Stop staring at me. It's creepy. Du bist du? Ah! You hear that? Hey, 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 hey. So. So. Eww. Ow! So. The girls want to thank you for your help. We can go see them again whenever you're ready. Not then. All right, then. Let's go. You know the drill. New Kid, we want to thank you for helping us determine whether or not Monica was a two-faced bitch. She really made us mad, but it turns out she couldn't have been the one spreading rumors about Allie Nelson going to the abortion clinic. Yeah, so we made up. You guys are the best. You see, the thing is, Heidi Turner was supposed to put on the Facebook page that you were Bebe's boyfriend, but she didn't. Because Heidi Turner is a two-faced bitch who says she likes me, then tries to stab me in the back. Right, so we need to know if Heidi Turner is the two-faced bitch who's spreading rumors about Allie being spotted at the abortion clinic. But in order to do that, we need people to think you're a girl. Makeover! 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 Yeah, makeover! Oh je, oh je. Oh je, oh je. Leute, ihr seid gefragt, ihr seid gefragt, blonde Zöpfe, schwarzen Pferdeschwanz, rote Haare mit Schleife im Haar oder der braune verzausselte Look oder mit Blümchen. Go, girl! Too cute! That's hot with two T's! That deserves a selfie! Too cute! Was machen wir? Too cute! Komm her, blonde Zöpfe, ne? Blonde Zöpfe. So, jetzt brauchen wir eure Klamotten, ne? Ich muss das kaufen. Du schockst, oder? Du bist total kluglos. Das ist zu sterben! Oh nein, du bist ein Mist! Es ist nicht so schlecht. Du schockst, oder? Nee, das geht nicht, okay. Ich habe ein bisschen gekotzt. Und Fashion-Emergency, kenne eine Ambulanz! Ich habe ein bisschen gekotzt. Das ist schön. Ich habe ein bisschen gekotzt. Und Fashion-Emergency, kenne eine Haare total kluglos. Schade. Das geht gut zusammen. Habe die gute Arbeit. Na gut, okay. Das ist hot, mit zwei T's. Das fahnenflüchtige Fallobst hat rot. Sind Sie schuldig? Das falsche Hairstyle für das Outfit, Frau Freundin. Du bist nur mit Mädchen-Power. Oh ja. Habt ihr über ein Trainwreck? Das ist hot, mit zwei T's. Okay, dann gehen wir auf die rote Schiene. Hotness-Streak! Ich habe einfach ein bisschen verbringst. Oh nein, du wohnst, oder? Du bist total kluglos. Oh nein, du bist ein Messer! Zu schön! Das Outfit ist so hot, wir wollten dir das, um es zu vollständig machen. Du bist bereit, zu gehen! Lass uns zur Quest kommen! Okay, Nikid, geh in die Abortionsklinik und find the Records Room. Take a picture of all the records from the past week and text them to us. That will help us find out who the Two-Faced Bitch is. I'm sure you can appreciate why none of us can do this. If any of us are spotted in there, people might think we're sluts like Jessica Rodriguez. Hey, guys. Hey, Jessie. Hi, guys. Hey, Jessie. Hey, Jessie. What are you up to? Oh, nothing. Just finding out which of our friends is a Two-Faced Bitch. Cool. We'll see you around. Awesome! Skank. All right, now go in there and get to the Records Room. Find out, if Jessie had an Abortion. So, Jessie Rodriguez. Neue Freundschaftsanfrage. 70 Freunde. Vorteil verfügbar. Yes. Deine neue Freunde. Jessie. Monica. Leeroy. 70 Freunde. So. Ein neuer Vorteil ist verfügbar. Welchen nehmen wir denn? Die magischen Angriffe mit Nah- und Distanzwaffen bewirken zusätzlichen Schaden mithilfe des Kriegswurts. Der zweite Wind ist ein Wiederbelebungstränke, die du auf dich oder deinen Begleiter anwendest, bringen dem Empfänger jetzt die volle Gesundheit zurück. Nein. Lehrling. Die maximalen MP erhöhen sich um 20%. Du hältst immer 2 MP, wenn du einen heilenden Gegenstand benutzt, statt ein Gegenangriff mit deinem Arsch. Er fordert Mana, aber bewirkt mehr Schaden als ein Gegenangriff mit Waffen. Immer wenn du mit einer Waffe einen magischen Angriff durchführst, werden ein paar MP aufgefüllt. Und der heilende Wind besagt, immer wenn du mit einer Waffe einen magischen Angriff durchführst, werden ein paar TP aufgefüllt. Der Pyramon-Mahne-Macht bewirkt zusätzlichen Schaden bei brennenden Feinden und erleidet selbst weniger. Kämpfen oder fliehen. Nennerangriffe verfügen größeren Schaden zu, wenn du schwer verletzt bist. Nervenaug. Du erhältst immer 2 MP, wenn du einen heilenden Gegenstand benutzt. Den hatten wir schon. Einfach rutschen lassen. Auf dich angewendete Debuffs erhalten eine Runde weniger als normal. Kaugummi-Krösus. Die Verwendung heilender Gegenstände lässt deine Angriffe für eine Weile mehr Schaden bewirken. Trauernder. Perfektioniere die Kunst des Verhöhnens und bewirke zusätzlichen Schaden bei wütenden Feinden. Du selbst erleidest weniger Schaden. Und schützt meine Eier. Du nimmst viel weniger Schaden, wenn du schwer verletzt bist. Ich bin für den hier. Die magischen Angriffe mit nahen Distanzwaffen bewirken zusätzlichen Schaden mit Hilfe des Kriegsfurts. Ja. Unbedingt. Ja. Unbedingt. So. Unplanned Parenthood aus South Park. Exigency. Abortionsklinik. Policies and Regulations. Unruh. 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 ein hiv-nadel fügt dreimal bluten beim perfekten angriff hinzu alter schwede okay access restricted to positions only hi i'm dr poon lover get on up in the chair and this won't take long at all dr poon lover hey little young to be having an abortion aren't we it's okay we have a booster seat all right just sit back and relax we'll get that fuck trash taken right out of you oh kaputt gemacht tut mir leid what the wow never seen that before you burned out the vacuum i'm gonna have to get this thing fixed be back in a minute chirurgen handschuhe sehr gut chirurgenkittel sehr gut chirurgenhaube dann würde ich sagen schnell umgezogen hier aber immer doch so durchsuche die unterlagen von 2013 machen wir doch gerne oder dr martin poon lover oh god damn it oh it's you thank god something strange is going on here yeah pta reviewed that tape you got us the taco bell has something called a plan b they've been here looking through these records but why would they be interested in the gynecological files of the women of south park i'm afraid now you know too much we have two more asking a lot of questions deal with them quietly we can't let anyone find out what we were doing there before you kill us tell us why why is taco bell taking the records of women's vaginas in south park i'm picking up some hot readings on the peggy tell us what do women's vaginas and doritos locos tacos have in common peggy is going crazy oh shit there's an outbreak here we have contamination in sector seven all units to sector seven now nine secure the entire building put that woman in restraints what's going on taco bell security your clinic is infected with a nazi zombie virus nazi zombies that's ridiculous and bigoted i happen to be german he's one of them tell people what you saw here today her doctor ich würde sie auf jeden fall ich werde sie wie heißt es ich werde sie rächen ich werde sie rächen so was haben wir denn hier noch Giftgranaten äh lächerlich lächerlich moment moment so ich möchte bitte wieder meine vernünftige Perücke haben hier welche nehme ich denn mal hm 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 nehm den Emo wieder ne genau so äh und schöne 3D Brille ne um styling um styling bio gefahrtattoo ähm bam 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 retro glam oh yeah ah komm her wie macht mein zombie Fleisch drauf wenn du sie nicht schlagen kannst schließe ich ihn unbedingt äh 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 ne wir bleiben beim zombie Fleisch aber was gehört zum zombie Fleisch dazu das Eierkennen es ist wieder da das Eierkennen ist zurück yes ich bin wieder ich so hier haben wir alles erledigt ach guck mal da gehirne gehirne arschloch ich bin ein zombie ich bin ein zombie where are they where are they ausweis ausweis was ist los hände hoch hände hoch waffen fallen lassen hände hoch ouch ouch arschloch verdammt die haben sich mir richtig gerade verpasst ihr halleluja Ja, dann mal schnell den Stärketrank reingepfiffen. So, und dann würde ich sagen, schön die fehlende Armbrust. Schönen Tag. Die beiden, ne? Nein! Verdammt! 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 Mann! Hört doch mal auf damit! Ja, Leute, dann müsst ihr euch leider mal mit dem Wirbel in Verhängnis einander setzen. Nehmt mal den Dreidel dann zur Kenntnis hier. Jetzt gibt's drei. Jawohl! Und? Wir fangen an! Scheiße! Mano! Ach! Ha! Abgewehrt! Schnell einen Heiltrank reingepfiffen. Und die Buffs entfernt. Wunderbar. Und jetzt kommt die Beschneidesense. Schönen Tag! Nee, kommt nicht. Resistent! Jawohl! Wunderschönen Tag! Guck dir das Katana! Was? Mann! Das ist doch nicht wahr! Wieso hat er das? Bäh? Kann doch nicht wahr sein! Angewidert kann nichts essen, wunderbar. Heiltrank. Schönen Tag. Hammer, hammer hart. Jawohl. Dann gibt es noch mal einen Dreidel. Ei, 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 ei. Boah, alter Gott. Ja, geschafft. Die waren heftig gerade. Hört ihr was da? So. So. Dann werden wir die so auf. Ich bin schon immer noch mal auf der Sohle. Okay, oh no. Okay. Was geht denn? Ich, ähm, ähm, ja, ähm, also, ähm, ich, ähm. Dr. Klöten. Nobody move! Oh, haha, what's going on? I'm just here for an operation. Oh, there you are, doctor. I'm ready when you are. Uh-oh. Is this going to hurt, doctor? Teehee? There's something fishy going on here. I think they might be Nazi zombies. We'll see if you're a real doctor. Give her an abortion. Do it! Wow. Oh, goodness. Oh, my balls! My malls! My malls! My favorite shopping malls! I'll close at five, doctor. Can we please get this over with quickly? Wiederholstelle A und E, man. Dies Anus zu erweitern. Ai, 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 ai. Oh, that's cold! This is about as wide as I can ca- Okay, okay, do it. I'm ready. Oh, boy! Oh, God, it's snagged. Watch the balls! He did it! All right, so he's a real doctor. What the hell? Oh, shit! Clear the building! The area's been compromised! Get out now! Schnell wieder unziehen. Oh, my. Das ist so ekelhaft. Oh, money. So, verlass in den Operationssaal. Ah, you go ahead. Might be a while before I can walk very well. What the hell is that? Mathers, where did you find the alien goo? Broken vials were in the trash can, sir. What could have come into contact with it in the trash can of an abortion clinic? Oh, my God. Ich will sie lieben! Nein! Ah! 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 I'm here for you, buddy! God damn it! Oh, fuck her! Look at that little fella! Are those little babies sucking blood? Bei perfekten Angriffen 100% Widerlichkeitsschaden hinzu. Ah, wie geil! Wo haben wir denn? Auf dem Katana. Was haben wir denn da drauf? 50% Widerlichkeitsschaden. Und damit. Und dafür den Hunderter. Ah, yes! Wie geil ist das denn? 35% Schaden. Äh, äh, bei perfekten Angriffen. Was habe ich hier drauf? Das sind die bis zu drei Schilder entfernen. Warte! Hmmmmm... Den nüge ich noch raus. Und dafür nehmen wir mal... 35% Schaden. Einfach oben drauf. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so verkehrt, ne? Jaja! Jesus Christ! Ah! What if we just make friends instead? You think you're better than me? Jaja! Aye, 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 aye. Bye! Come on, Sie bitte mit uns! I just... We'll see if it works! Mein gute Leben! That serves them right! Alter Schwede! What's up with those weird babies? Hm. We shouldn't order them to end up before he's too late. Haha! Haha, I believe we had to end up. Ich glaube das hat sich erledigt. Das hat sich, glaube ich ziemlich erledigt. Ii Karreise. ulusom conversion access stolen Vielen Dank.